Da kommt Carmina an. Okay, alles. Na, wir haben noch ein paar schwarze Ecken. Womöglich kennt Carmina die schon. Da und da. Und da oben. Und hier noch was Rauchendes, also noch ein Außenposten. Aber, erst einmal, hallo da seits und willkommen zurück bei Far Cry New Dawn. Wenn die Karte jetzt aber wieder so angewinkelt ist, das ist nicht immer so. Warum haben wir manchmal einen anderen Winker, wenn wir auf die Karte einzoomen? Zentrieren, das ist aber nicht das, was ich will. Dann gibt es Zoom, Wegpunkt setzen und scrollen für einen Fortschritt nach hier draußen, das ist klar. Ist schon komisch. Die Zwillinge wollen ein Exempel an dir statuieren. Sie haben Geiseln genommen und der einzige Weg, sie zu retten, wird durch ihre kranken Vorrichtungen. Erreiche die Düngerfabrik. Wieder mal halb über die Karte, über zwei Kilometer entfernt. Naja, nicht ganz halb. Das Ding kennen wir ja schon. Gut, also wieder zurück. Aber ein anderes Auto. Und nicht den Flieger, weil der ist dann doch ziemlich langweilig. Auto baubar. Kostet nur Federn. Nur Aufhängung. Metal-Rahmen-Buggy mit Halbautomatik. Das Ding, nein. Kostet nicht viel, das Auto. Ich nehme mal lieber den, der am schnellsten ist. Und das bist du. Der Metall-Rahmen-Buggy mit Halbautomatik. Kostet auch bloß 312. Ich würde ihn ganz gerne auf die erste Position setzen. Bei den Autos, die wir hier spawnen lassen können. Der Einstieg ist bei den Dingern so cool. Na dann los. Oh nein, wenn wir jetzt auf einen Ethanol-Laster treffen, dann macht Camila ja kurz einen Prozess mit dem. Das ist gerade das Auto, was wir nicht gebrauchen können für einen Ethanol-Laster. Was war das denn hier? Na, wir gucken mal, wie es läuft. Ansonsten kommt er gleich wieder in die Garage und zwar ganz hinten rein. Schön bei so einem Aufruf unterwegs. Bitte, ich verstehe dich nicht. Das Auto brummt zu doll. Auf dem Wasser ist irgendwas. Okay. Hallo. Oh, das war knapp. Zu dickes Gehölz. Wir können einfach an Force N vorbeifahren. Das machen wir auch. Was haben wir denn da vor uns? Ist das ein Zivilist? Der ist ganz schön flott unterwegs. Wir hören gar nicht so sehr auf. So sehr. Ich gucke mal kurz ab. Waren wir hinten schon? Ist doch der erste Schreppplatz von unserem hier, wie heißt er? Ähm, Atomwissenschaftler. Sein Name vergesse ich immer sofort. Jetzt musst du nur noch treffen, Camila. Camila treffen. Das Auto ist gar nicht kaputt. Camila, bitte triff mal. Der ist böse. Wow. Fliegt uns auf die Motorhaube. Geisel. Nicht explodieren lassen. Wir müssen einfach nur schneller sein. Gott, jetzt brennt unser Auto gleich ab. Niemand mehr drin? Oh. Kann nicht mehr wegfahren. Schnell weg. Okay, ich bin dabei. Schon drin? Ja. Geht ja schnell. Apropos Vorteilspunkte. 19. Oh. Ja. Damit können wir uns, glaube ich, alles holen, oder? Außer... Wann ist das denn hier unten? Naturliebhaber. Brauche ich jetzt nicht zwingend. Und Fahrzeuge reparieren sich langsam selbst. Finde ich kacke. Saboteur brauchen wir jetzt nicht zwingend. Bewaffnet und bereit. Das könnte man sich noch gönnen. Und das jetzt zunut auch. Aber was ist das hier unten? Drücke in der Luft. Um höher zu springen. Äh... Okay. Wir sind aber nicht bei einem Jump and Run hier. Geist, halte C gedrückt, um vorübergehend schwerer von Menschen aufpintbar zu sein. Verbraucht Idens... Geschenk? Hä? Was denn für ein Geschenk? Jetson, halte Z gedrückt, um vorübergehend Geschwindigkeit und Nahkampfschaden zu erhöhen. Den erlittenen Schaden zu verringern und nicht mehr niedergeschlagen werden zu können. Verbraucht Idens Geschenk? So was wie die Spezialfähigkeit bei The Division. Takedowns füllen Idens Geschenk und deine Gesundheit wieder auf. Die Opfer werden automatisch geplündert. Idens Geschenk erhöht die Regenerationsrate von Idens Geschenk. Was ist denn das? Wir waren oben beim Damm. Seitdem haben wir das, oder? Aber wo haben wir da für eine Anzeige? Gut, ich habe ja viel deaktiviert, aber... Äh... Dann machen wir einfach das mal. Höher springen? Klingt schon nicht schlecht. Ich wäre auffindbar, das finde ich jetzt nicht so interessant. Takedowns füllen haben wir. Erhöht die Regenerationsrate. Halte Z gedrückt. Das ist mal Verschwendung, aber ich probiere das jetzt mal aus. Kennen wir das irgendwie? Aha. Kamina. Der gelbe Balken da unten. Ist ja gut, wir fahren weiter. Und das Ding füllt sich wieder auf. Was ist da denn los? Hä? Ach, Flammenwerfer. Ich dachte schon, was dreht denn da seine Kreisel? Ein Feuerbogenkreisel. Dann sollten wir nicht anfahren, weil dann geht unser Auto kaputt. Hier geht es zu. Wie wir so nebenbei von dieser Superfähigkeit erfahren. Wird mal Zeit für ein Eternom-Raster. Zählt das aus dem Außenposten? Hoppala. Ein Arsgeierchen. Willst du rauchen, oder? Also Kamina darf man das große Geschütz nicht geben. Zack, Takedown. Ist jetzt gelb alles hier, oder? Es wirkt irgendwie alles so gelb. Okay, es gab auf jeden Fall was geschenkt. Bitte nicht wieder so schreien. Ah, dieses Einstecken ist cool. Oh, ja, ist ja gut. Nicht schreien, ja. Bams. Hm, Dorfnasen. Direkt vor die Karre. Ich hätte gedacht, wir rutschen mehr. Deswegen habe ich eher angefangen. Oh. Ich bin wieder zweit gefahren. Okay. Kamina hat noch Halt. Oh, oh, oh. Praktiken fliegen hier rum. Ist hier schon Wasser? Na, fast. Kamina, mach mal die Beine breit. Ich sehe nicht, wo ich hinfahre. Oder so. Was ist denn da schon wieder? Ist doch kein Tanklöster. Nein, der ist gerade eingestiegen. Wir wollten eigentlich umfahren. Wir können uns nicht um alles kümmern. Hm, es war knapp am Stein vorbei. Hm, war glaube ich ein Asker, oder? Ist mir nicht schon vorbei? Ne, ja, vorne erst. Kamina hat Spaß. Da bist du ja, Häschen. Du wurdest gewarnt. Aber Rush und du hier müssen uns ja immer Probleme machen. Deswegen mussten wir es schließlich selbst in die Hand nehmen. Jetzt sind wir an der Reihe und machen Probleme. Die Leute hier zählen auf dich. Wir werden denen aber mal zeigen, was für ein Fluch du eigentlich bist. Kamina, los, schieß. Auf alles, was sich bewegt. Außer von uns. Erreiche die Gefangenen, Geiseln. Na, Doppelsprung ist noch nicht drin. Vorteil, Geist. Nein, ich hasse das. Dieses Leitern benutzen. Hey, du hast uns nicht gesehen. Hör auf. Kamina? Jetzt geht der Hund runter, oder was? Da kommt Kamina hoch. Was für eine dünne Treppe? Schaut mal. Das ging schnell. Oh, hier ist irgendein Sprengkram zu hören. Der hat es nicht mehr geschafft. Da müssen wir die Karte einlösen. Das ist eine Falle. Ich bin noch nicht allein gestellt. Sie sterben jetzt. Je näher wir kommen, desto mehr piept das Ding. Das ist Bestrafung, wollen die uns gleich sagen. All dieser Schmerz hat hier auch. Und die dürfen wir Ihnen vielen Dank. Lust auf mehr? Du hast ohnehin keine Wahl. Das hast du davon, wenn du dich mit uns anlegst. Drei Minuten. Es gab eine Warnung. Wir haben dich gewarnt, verdammt. Drei Minuten sind aber nicht so viel. Wollen wir die anderen Bomben auch erstmal ausmachen? Die, die wir da schon gefunden haben, die piepen da nicht. Ich sollte mich jetzt nicht mit sowas herumschlagen. Mit Sammelkram. Der ist auch später noch da. Ich gehe nochmal zurück und gucke, ob ich die anschalten kann. Ich kann sie abmachen. Übrige Geiseln. Vier von vier. Findern und entschärfen die Bomben. Ist das auch entschärfen? Da hätten ja die Geiseln mit hochgehen sollen. Oh, wir haben fast keine Energie mehr. Im Grunde haben wir keine mehr. Na, wir haben unten schon was gefunden. Aber hier fehlt noch ein Zugang. Irgendwie eine Karte. Hier oben piepst ja auch noch. Die ganze Zeit. Aber hier oben wird es leiser. Die Leute haben alle so eine Karte, oder wie? Oh. Oh, gar nicht so schlimm. Zeitlich war das nichts mehr. 1,30 nur noch. Keine Karte. Kamina sucht mal mit und rennt uns nicht nur hinterher. Sieht vielleicht auch hier drin. Immer da, wo man zuletzt war, ist noch eine Karte. Die nächste. Sieht nicht so aus. Schaffen wir in diesem Anlauf auf jeden Fall nicht. Oh. Ach, jetzt nochmal vier einzelne Leute. Hast du eine Schlüsselkarte hier? Da ist bestimmt keine drin in den Dingern. Die sieht man bestimmt direkt. Und zwar einen Schlüssel. Hier kommen wir gerade her. Dann muss die hier irgendwann in der Nähe liegen, schätze ich mal. Max. Wir haben gerade mal die Hälfte geschafft. Oh, noch sieben Sekunden. Ihr dachtet, ihr könnt uns in den Schatten stellen? Und jetzt seht euch an. Ein paar geschafft. Lass uns mal wieder Bomben entschärfen. Welche genau? Ist die Reihenfolge wichtig? Halt einfach die Augen nach einer günstigen Gelegenheit auf. Offne das Tor, bitte. Steht es denn um dein Gedächtnis? Du wirst es nämlich gleich gut gebrauchen können. Wir packen das. Da sind vielleicht Aufgaben. Gute Rätsel. Kommt ja immer eine rote Lampe. Grün, okay. Mist. Wieder von vorne anfangen, oder? Ja. Das ging automatisch. Habe ich nicht gemacht. Leute, raus hier, los. Ich muss immer noch mehr aus dir rausquetschen, bis kaum noch was übrig ist. Je mehr wir retten, desto stärker sind wir am Ende? Fragezeichen. So, wo jetzt noch hin? 1,30. Hier war nix mehr, oder? Irgendwo da, wo es piept, ne? Schieß auf die Schlösser an den Ketten. Ja, aber wo sind die denn? Es piept. Mir wird es wieder leiser. Was? Außerhalb des Geländes piept es? Einen Ernst? Ich bin extra stehen geblieben. Von der anderen Seite, was machen wir? Wo bist du denn, Camina? Jetzt will ich auch noch Camina. Toll. Ah. Wo, 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 wo? Ich glaube, irgendwo hier hinten. Da. Jetzt wird wieder Camina. Da oben noch eine Geisel ist. Da waren wir ja schon. Aber hier hat sie auch gepiept. Hm, Schlüsselkarte. Oh Mann, wir sind so richtig ineffektiv. So, nix geschafft, oder halt nur ganz wenig? Ich glaube, wir müssen nochmal machen. Hm. Ach so, nur die letzte. Die letzte Ecke. Die wir gerade nicht geschafft haben. Wer sieht uns da jetzt? Ach so. Tschüss. Aha. Nimm nur die Zehn. Nimm nur die Zehn. Ein Drittel haben wir. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine kurze Pause. Es piept schon wieder. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.